Die Bundesregierung hat die Hartz-IV-Regelsätze um 5 Euro erhöht. KAB Online befragte den Armutsforscher Christoph Butterwege von der Universität Köln zur Situation von Hartz-IV-Empfängern. Wir sind Armutsforscher. Fünf Jahre Hartz-IV feiern wir in diesem Jahr oder wird begangen. Hat Hartz-IV oder die Arbeitsmarktreform mehr Arbeit geschaffen und weniger Armut? Nein, weder das eine noch das andere trifft sich ja zu. Auf der einen Seite ist der Rückgang der offiziell registrierten Arbeitslosigkeit auf konjunkturelle Effekte zurückzuführen. Ganz klein wenig möglicherweise auch durch den Druck, den Hartz-IV ausgelöst hat. Aber da muss man sich fragen, ob das denn ein sinnvoller Effekt ist, eine Arbeitsmarktreform diesen Druck so zu erhöhen, dass Menschen jede Arbeit annehmen und dann eben nicht wie bisher möglicherweise in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Und auf der anderen Seite hat die Armut zugenommen seit dem 1. Januar 2005, seit Hartz IV in Kraft ist. Das hat sicherlich wesentlich damit zu tun, dass die Lebensstandardsicherung der Langzeitarbeitslosen nicht mehr gewährleistet ist und zum anderen damit, dass besonders größere Familien Probleme haben, die jetzt durch die Pauschalisierung der Beträge, die sie bekommen, eben zwar sogar nominal mehr Geld als bei der früheren Sozialhilfe erhalten, aber andererseits bestimmte einmalige wiederkehrende Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen können. Also das heißt Zuschüsse, wenn die Waschmaschine defekt ist, wenn es andere Probleme gibt, ein Kinderbett gekauft werden muss und ähnliches mehr. All das konnte man früher geltend machen und das geht heute nicht mehr. Ja, Frau von der Leyen will weg von dem schlechten Imbiss von Hartz IV. Sie spricht von einer Basissicherung für Erwerbstätige. Schafft die jetzige Leistung von Hartz IV eine menschenwürdige Teilhabe an der Gesellschaft? Die Umbenennung dieses Systems wäre allenfalls semantische Kosmetik. Ganz egal, wie man das Kind nennt, es ändert nichts daran, dass es sich um ein menschenunwürdiges System handelt, dieses Hartz IV-System. Deshalb, weil die Menschen, die entweder keine Arbeit haben oder eine gering bezahlte Arbeit, da sehr, sehr notdürftig und unter ungeheurem Kontrolldruck stehend staatliche Leistungen beanspruchen. Aber es ist ein System, das ganz bestimmt dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes nicht entspricht. Die KAB Münster hat am Wochenende in Dingklage beschlossen, eine deutliche Erhöhung der Regelsätze zu fordern. Kinder sollen bis 40 Euro bekommen.